Okay, letzte Runde, wir müssen den Win holen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben gewonnen! Was hat dein Mauer? Let's fucking go, man. Ey, wir sind in der zweiten Runde. Top 250 kommt weiter. Wir kommen weiter, okay? Nee, yalla, Digga. Ey, lass uns heute motivieren. Das ist ein Konze-Player, das ist ein anderes Trio, ne? Ja, was sollen wir jetzt machen, Digga? Wir können doch nicht mit jemandem uns quallen, der keinen Sound hat, Digga. Digga, die gibten Fighten, einfach auf Fight. Einfach rein, einfach rein, komm, komm, komm. Der Hunde muss noch mal. Ich werde dir noch aufgerufen. Ich habe ein, ich habe ein. Nein, ich höre mich durchwenden, super. Finish noch mal. Ah, will ich. Es ist so schlecht. Digga, ich kann nichts machen, man, es leckt. Ich habe einen Free Rest, ne? Der hat keiner, ja. Du dich. Ja. Nice. Kannst du ja addressen. Nehmen wir gleich, wissen wir. Super, kommst du. Digga, was spielen die da? Wollt ihr auch mal launchen? Amart, doch du uns launchen. Oh mein Gott, ich habe das launchen. Du hast recht. Na ja, du hast recht, glaube ich. Ja, du musst ja auch nur mit Launch spielen hast. Ja, gehen wir mal. Job. 100. Ja, ja, ja. Finish, hast du Sniper? Nein. Am raus, am raus. Innen drin ist. 100. Ja, da, da, da. Nice. Wir wollen so lange. Einfach durch. Ja, ja. Ich bin da. Fondo, 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 Fondo. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Bei hier ist ein Interdien. Es sind zwei, es sind zwei. Raus, was raus. Es sind drei, es sind drei. Rechts raus. Ich bin drin. Ich bin chill, mich chill. Die Zone geht weiter. Komm, du musst hier durch. Du musst hier durch. Ja. Oh mein Gott, ich bin boxen. Nein, ich bin boxen. Ich boxe, die haben mich. Der eine ist noch in der Zone. Ich markiere die Zone. Nein, schade. Schade, schade, schade. Nein, ich bin nicht. 3, 2, 1, go. White, ja, cracked, cracked. White. Der ist da oben. Fein, oder? White, dead, dead, dead. Du bist da, du bist da. Cracked. Der war White, der war White. Dead. Mit uns, mit uns, mit uns. Ich bin chillig. Alles egal. Ich nicht. Ich auch nicht. Muss ein White, sonst treffen wir uns. Sprekt das, sprekt das, sprekt das. Und sprach ich den direkt in die unterteile. Weiter um. Es flieging wieder. Einer ist, dahin ist. Einer ist. Einer ist. Detterfall. Ok, hoch, 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 hoch. Über uns noch. Nehme, nehme, neehme. Der geht hoch, der geht hoch. Ich bin oben, ich bin oben. Ich bin oben, ich bin oben. Ich hab Jumped geplaced, ich hab Jumped geplaced. Ich geh auf Jumped, ich geh auf Jumped. Du musst vorne hochbauen, Friat. Crank, 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 Crank. Crank, 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 Crank. Ich hab komplett connected. Ich hab keine Mets, ich hab 200 Mets. Hinter mir, oben, oben. Oben, 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 die sind schon oben. Nein, nein, nein. Einer ist oben, 100%. Pedal, drop, drop, drop. Ja, ich hab's gut. Ich hab keine Mets. Du musst jetzt unten um, Spray, um, Spray. Spray, um, Spray, um, Spray, um, Spray, um. Drop, 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 drop. Wir dann, letzter Spieler. Na, super. Ja. Der ist auf mich. Der ist 1, der ist 1. 1, 1, 1, 1. Der ist hoch, glaub ich. Ja, der ist über mir. Der ist direkt da. Der ist hier unten. Der ist hier unten. Nice. Der ist auf Dach, 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 Dach. Unten, unten, unten. Flopper, Flopper. Ich hab einen, ich hab einen. Nice, nice, nice. Wo bist du? An mir, an mir. Er kommt zurücklaunchen. Geh zurücklaunchen, geh zurücklaunchen. Ja, ich halt weiter. Da hat mich von C'mon. Nein. Das ist 1. No, no, no. Oh, shit. Das steht aber nicht begleitet. Das ist schärfste Schusses. das sind zwei leute was sind das denn für menschen ok letzte runde wir müssen den win holen oder top 5 mit so 5 bis 10 kids ich bin rechts hinter dir komm komm launch 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 Land auf Heid, Land auf Heid! Er ist Solo, er hört euch nicht, er hört euch nicht! Sind du, sind du! Seid auf Heid, seid auf Heid, wir gewinnen! Ich hab einen! Nein hab ich nicht, hab ich nicht! Das ist 1v3, 1v3! Der hat meine Splash Cannon, der ist in der Zone! Ich weiß es nicht mehr gibt! Die haben zwei Splash Cannons! Seid auf, seid auf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben geboren, was? Wir haben geboren! Let's fuckein g o u! HALT DEIN MAUUIL! 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 Geil! Let's go! Wie haben wir das gewohnt, bitte, Alter? Junge, du bist der beste Spieler auf dieser verfickten Erde, man. 115 Punkte. Der eine von uns hat nicht mal ein Scheiß-Headset gehabt, Digga. Halt den Maul, Mann! Digga, halt den Maul, Mann! Digga! Ich hab einen 160er-Puls. Halt deinen Maul! Halt deinen Maul! Digga, ich sterbe gleich! Ich sterbe gleich, hallo! Ich sterbe gleich! Und ihr sagt alle, ah, die schaffen's nicht! Was? Wir schaffen's nicht! Was? Digga, dass wir zwei Mal, zwei komplette Endgames alleine rausgespielt haben, Digga. Weil Seat keinen verfickten Sound hat, Digga. Halt's Maul, Mann! Digga, wir haben einfach... Einer von uns hat keinen fucking Sound über 10 Runden lang. Digga, wer hat uns verarscht? Wie cool wir uns! Wir sind 147er, ich guck auf unser Dings-Matchverlauf. Erster mit 12 Kills. Bro, ich sage, wir müssen fünfter werden mit 10 Kills. Digga, wir werden Erster mit 12 Kills. Ich raff... Nein, ich raff gar nix mehr! Digga! Ich bin Raff Kamora oder so gerade! Halt's Maul! Digga, ich suche hier 10 Lösungen für dich und du willst immer noch dein Eines ja die benutzen. Ja, mach Digga! Mach wie du möchtest! Nie wieder mit mir spielen! Wenn wir uns jetzt quallen... Spiele ich jedes Mal mit dir! Scheiß drauf! Ab geht's! Top 250 Konsolenspieler aus Europa! Da sind wir natürlich dabei! Weil wir einfach die Top 250 Konsolenspieler Europas sind! Medall ist mit am Start! Der beste Spieler der Welt! Und Serhat ist mit am Start! Derjenige, der jetzt endlich mal seinen Sound gefixt hat! Und wir endlich mal zu dritt jetzt spielen können! Digga, das Viertelfinal war so krank! Jetzt kommen nur die Top 33 weiter! Viel Spaß mit den Highlights! Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren! Kuss! Gehen raus! Und! Creator Code Amar! Kuss! Ich lande auf ein! Ich lande auf ein! Ich lande auf ein! Okay! Ja, ja! Ich beam direkt in Nipps! Ja, okay! Geh rechts, rechts, rechts! Ich hab keine Art Witzen! Ich hab keine Art Witzen! Ich bin tot! Ich halte für dich! Das ist mein letzter Metz, mein letzter Metz! Einer dead! Einer dead! Einer dead! Einer dead! Einer dead! Ich kann nicht! Ich hab keine Metz! Nimm meine Metz! Nimm meine Metz! Neiner dead! Du hast keine Metz! Oh man! Oh man! Oh man! Digga, was ist das für eine Scheiße? Warum sind wir so scuffed die ganze Zeit? Digga, lass mal so... Ja, weil das eine Team entschieden hat uns zu fighten anstatt einfach in die Sonne zu gehen. Naja, so eine Runde darf man nicht ausspielen, glaube ich. Wir haben noch so viele Games, so eine Runde darf man nicht ausspielen. Na, darf man nicht, ne? Wie würde? Sonsten sterben darf man nicht, oder was? Da hab ich noch nie so einen dummen Satz gehört, dass man das nicht ausspielen darf. Digga, wenn wir so scuffed sind... Naja, eigentlich waren wir nicht so scuffed. Seid halt Vegans, Digga, dass ihr nichts machen wollt. Ich wollte ein Team Dribblespraynen. Nein, das wollte ich nicht machen! Wo wolltest du ein Team Dribblespraynen? Ja, der bei der Stair. Der hat grad die Stair gebaut. Der stand auf der Stair. Wenn wir ihn runter schießen können und einfach alle Dribble-ding, dann wär er zu. Hätten wir ihn fullmet. Vor der Edge Zone, meinst du? Ja, gerade eben. Ja, das ist Quatsch. Digga, der war 500 Kilometer entfernt, der Typ. Nein, der war genau über uns. Ich mach jetzt aber das, was ich machen will. Ihr triggert mich. Ihr redet einfach nicht. Hä? Was laverst du, Digga? Bro, was laverst du für die Scheiße? Digga, du sollst so oder so machen, was du machen willst. Und einfach uns hinterherjagen lassen. What the fuck? Wenn du das machst, was du machen willst, Digga, dann ist doch perfekt. Das ist gut. Ah. Geh, geh, geh weg. Geh backside, geh backside, geh backside. Die zwei Leute, die gehen alle bei der Front. Die werden sie verkriegen. Komm, komm, wegside. Geh du, land durch dieses Haus. Immer im Haus. Du bist komplett alleine. Ich bin Basketball-Kord. Ja, um die Hecke, um die Hecke. Töt ihn. Ach so weit. Der ist dead, der ist dead. Andere Stier. Amato muss kommen. Ja, ich komm. Ich hab den ein Cracked hier. Super. Das freut mich. Du landest Tankstelle oder so, Digga. Ja, Digga. Er sagt, landet backside. Ich bin backside, Digga. Was laverst du mich dicht? Ja, das ist gut passiert. Er sagt, geh backside. Ich bin backside, Digga. Ja, ja, passiert nicht. Ja, ja, passiert nicht. Er sagt, Digga, du landest Tankstelle, Digga. Nur weil es down geht, geht dir ein Traum, Digga. Was laverst du mich voll? Was sollen diese bad vibes gerade, man? Ich landest Tankstelle, Digga. Digga, ich bin kein Pro-Player. Er sagt, backside. Ja, wenn wir sagen Gegner oder wir fighten, dann musst du instant loslaufen. Du hast doch wahrscheinlich 30 Mal gelootet. Du warst immer noch bei Basketballplatz. Ja, ich war Basketballplatz. Und dann? Ja, super. Wo soll ich denn hinlaufen ohne Waffe? Wo soll ich hinlaufen? Guck mein Replay jetzt sofort an. Wo soll ich hinlaufen ohne Waffe? Ja. Dachte ich mir, Digga. Ich kann nicht richtig gut helfen, Digga. Ich komme mit meiner Pickaxe, Digga. Ich werfe ein bisschen rum oder so. Das Erste, was ich mache, ist, wenn ich da loslaufe, ich werde gediegelt. Wie soll ich euch helfen? Bro, du musst mal ein bisschen weniger Toxic sein. Es kommt der Call-Will an Backside. Ja, die fighten euch, Digga. Und dann werden wir Third-Party. Wer hat jetzt recht, Digga? Ja, dachte ich mir. Guck mal, ich empfehle, lass von hier anfangen. Sag doch was Backside. Das ist Backside. Da, hier, das, das, das. Nein, ein Team ist Backside, hat er gesagt. Ich stehe da kein Team. Backside sweaty, Backside sweaty. Hier. Ich schwöre, Digga, alle tun so, als wäre ich voll Profi oder sowas, Digga. Hier, hier ist mein Not. Ich wollte er das Leid von hinten. Digga, Digga, links war einer. Das ist doch bei Cold, Mama. Warum schaust du da nicht auf den? Der mich warm-pumpt. Aber jetzt, Flopper, bleibt. Bis gleich in zone. Nein, was ist das? Ich kann doch... Links in welche getop, links in welche getop, wir können die töten. Ja. Hier drin, hier drin, hier drin. Wir sind zusammen, wir sind zusammen. Dead, dead, dead. Unreiß, dead, dead. Nimm die Sachen, nimm die Sachen. Ich steif, meds, steif, meds. Direkt neben mir in der Box, in der Zone. One shot. Rotier, rotier, rotier. Oh fuck. Ja, ich bin down. Ja, ich hab keine meds. Insam oder wo? Ne, 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 vorne, 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 vorne. 100. Nice. Einer, one shot. Du hast 40 meds, bedankt. Verdinger, verdinger. Hier, edit. Keine meds gleich. Ein Bild nur. Nice. 100, 100, 100. 100. Nice, der hat. Unlucky, man. Schade. Let's go. Well played. Schöne Runde. Schöne Runde. Ich hab den minus 100. Er ist 40, meine ich. Aber ich hab den. What? Ich bin unten. 120 piece. Dead, dead, dead. Dead, dead, dead. Ich lohren, ich lohren. Wir haben einen anderen, wir haben einen fully piece. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab schon für dich, ich hab schon für dich, bitte. Hier, hier, hier. Ich hab die 1, 1, 1, 1, oben, oben, oben. Spaß. Oh mein Gott. Spaß, Spaß, Spaß. Geh zurück, hol dich. Nice, man. Let's go. Most. Voll ne komischen. Männchen. Digga, was ist das für Männchen? Dead. Cracked. Danke. Super. Nice. Hammer, aber ne Waffen. Ich hab den Crack gemacht. Er hat einfach mit mir streamen müssen. Man, Reifen nach oben. Wir müssen nach oben springen mit dem Reifen. Dead. Hammerbomb. Ja, der fühlt sich jetzt super. Hammer. Wollt wegfliehen, fährst du von mir. Super. Gut, gut teammate. Digga, was laberst du für ne Scheiße, Bro? Was soll ich denn da auf den... Da sind... Warte, 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 warte. Hör mal zu, hör mal zu. Da fliegen zwei Leute mit nem fucking Jumper auf dich rauf. Was soll ich da machen? Willst du dir fahren mit ner SMG und 100 HP? Ja. Ich hab das so genau. Ich hab einen getötet und einen Minus und einen Crack. Der ist mit anderen Minus 20 White oder so. Wäre der auch tot. Du fährst einfach weg von mir. Super. Toller Team jetzt. Super. Digga, ich will halt safe spielen und auf deine Karte spielen. Weil wir nur zwei Games haben, Digga. Was passiert? Wir sind einfach gestorben. Ja. Ja, weil du mir nicht geholfen hast. Du willst auf Karte spielen. Wo willst du denn? Da waren sechs Teams dirty. Wenn die dippen, bist du tot. Das einzige Schock war die zu 50-50. Und du bist halt einfach ein Stich gelassen. Ja, okay, okay. Du bist Jesus dort in Links. In Rotation anscheinend. Oder wie man da Leute holt. Ich hab einen getötet und einen Crack. Du kannst aber nicht wissen, ob die nicht beide 200 HP sind und beide ne Pump haben, Digga. Also das weißt du ja nicht. Digga. Du hast einfach noch Glück gehabt, dass du einen getötet hast und den anderen Crack gemacht hast. Du hast einfach Glück gehabt, Digga. Ah, Glück gehabt, Glück gehabt. Ja, du musst doch einsehen. Welchen Blumen du hätte, um ihn zu töten. Du weißt nicht, ob der 200 HP hat, ne Pump hat, keine Ahnung. Du weißt es nicht. Der 200 HP hätte ich ihn auch getötet. Ich hab insgesamt 220 Damage gemacht. Yes, 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 yes. Keine Schussball. Beine Fischi. Du weißt jetzt, Digga. Ach, Digga. Ich sag dir ehrlich, Vidal, ne. Ich lieb dich als kleinen Bro, ne. Aber Digga, du bist echt nervig manchmal, dass du einfach so Fehler die ganze Zeit bei anderen suchst. Ich weiß, dass du sehr, Digga, du bist einer der besten Spieler weltweit. Aber du machst nicht alles richtig, Digga. Und du musst dann... Nein, du verstehst nicht, dass wir... Das einfach dumm ist. Ja, ich hab doch gesagt, wenn ich einen Fehler gemacht hab, das ist dummer von mir. Als wir genockt haben mit Seat und Seat reingelaufen ist, hätte ich einfach schreien müssen, dass wir da einfach weiter sprayen müssen. Also wir hätten einfach nur sprayen müssen, das hab ich doch selber gesagt. Nur du, du willst aus... Du willst aus keinen Waffen mich rebooten. Good luck. Keine Ahnung. Das ist bestimmt Team Corny. Bro, das haben wir aber schon zwei, drei Mal gemacht in diesem Turnier. Ja, weil wir lucky waren, dass neben uns ankontestet war. Ja, aber ich kann sie haben, dass es wieder lucky ist. Ja, ich hab doch geschaut. Dirty waren drei Teams. Dings, Corny waren Team und Dings. Kamisplit ist ein Team gelandet. Und das waren halt die Kamisplit. Die hätten wir töten müssen. Die hätten wir ganz Kamisplit ankontestet. Aber ich muss halt einfach alles callen. Ja, wenn du halt mit jemandem wie mir spielst, ne, dann ja. Wenn du mit deinen Leuten spielst, dann wahrscheinlich nicht, ne. Aber bei mir macht das schon Sinn. Das ist halt der Unterschied, Bro. Du spielst nicht mit Visen, äh... Echt? Aqua... Du spielst mit Amounts, ja. Kann man nicht annähernd an deren Niveau ran. Naja, das sowieso nicht. Aber trotzdem, Digga, wir haben es in die Semifinals geschafft, so. Und hätten wir da, das ist ein oder andere Mal. Digga, holy shit, das war so krank. Ey, Bro, trotzdem so oder so, Digga, es war trotzdem super nice. Also... Kann nicht vouchen. Die letzte Stunde war cringe, aber sonst war es gut. Näää, letzte Stunde war ich cringe, aber sonst... Das Ding ist, weißt du woran es auch liegt? Weil ihr einfach nichts gegessen habt. Weißt du, wie gut es mir ging, nachdem ich was gegessen habe? Digga, ich bin so chillig. Davor habe ich so Streit gesucht. Bin sau chillig gerade. Wir haben es leider nicht reingeschafft, aber dafür hatten wir eine absolut kranke Viertelfinalrunden. Wer sich das noch nicht reingezogen hat, zieht euch das gerne rein. So, wir gehen rein. Wir gucken mal, wer hier alle dabei ist. Ananas. Paddy und Jenks. Paco mit Kami der Pole. Milan. IWNL, das ist so cringe. I will never lose. Digga, dieses IWNL, das ist so unglaublich cringe. Lighten, Andilex und Destro. Ist ja logisch, die haben letztes Mal, glaube ich, auch schon gewonnen. Hi Chris, auch mit dabei. Mit der Karotte. Das ist anscheinend auch ein Deutscher mit dabei. Swaggy ist mit... Ey, Digga, sauviele PC-Spieler mit dabei. Wolfie ist auch mit dabei. Logisch. Scouts, Toxic und Phoenix sind auch mit dabei. Ey, es sind gefühlt nur PC-Spieler dabei. Ey, ich sag euch ehrlich Chat, ich finde das schon asozial. Auch für die Leute, die auf YouTube zuschauen. Ich finde das sau asozial von den PC-Spielern, dass sie den Konsolenspielern das verderben. Mag ich nicht. Das mag ich echt nicht. Hier, GriffFNBR mit Bobby the Dog und so. Ich mag das nicht. Die können denen doch auch mal ihre Earnings gönnen. Hier, Vortexia. Kaidon. Bobo Tambe. Robnitch. Ne, finde ich nicht nett. Finde ich einfach nicht nett. Das ist echt asozial. Das feiere ich nicht. Wenn ihr das genauso seht, tragt gerne den Creator Code AMA ein. Im Item Shop. Alle zwei Wochen neu. Und sagt es euren Freunden. Wenn euch das ganze gefallen hat, gerne ein kostenloses Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020